Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hartwecke. Heute schauen wir uns die ASRock RX 7600 Steel Legend OC an. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Anschauen des Videos und kann euch auch vorab schon mal sagen, was denn alles so im Test vollkommen wird. Wir werden uns unter anderem anschauen, wie ist der Stromverbrauch, wie warm ist die Karte, hat die Karte Spurenfippen, wie schlägt sich die Karte im Vergleich mit anderen Karten, unter anderem im Vergleich mit einer ARC A770 und auch einer RTX 4070, auch wenn die in diesem Fall etwas höherpreisiger ist. Als erstes werfen wir natürlich wieder einen Blick auf die Verpackung und die ist natürlich etwas anders gestaltet, wie bei anderen Grafikkarten, da wir ja eine Steel Legend Karte haben und dementsprechend haben wir hier im Prinzip diesen Camo-Effekt. Auf der Verpackung seht ihr natürlich auch, ob das die OC Edition ist oder auch nicht. Die Karte hat 8 GB und auf der Rückseite wird nochmal alles hervorgehoben, aber naja. Im Lieferumfang ist natürlich die Karte, die habe ich schon rausgeholt, also wundert euch jetzt nicht. Und ansonsten ist auch nicht wirklich was drin. Seht ihr auch hier, außer das Handbuch bzw. Quick Installation Guide und das war es auch schon. Siegel haben wir hier an der Verpackung nicht, aber dafür an der Verpackung, wo die Karte drin liegt, also an der antistatischen Folie. Ich zeige es euch einmal und zwar hier seht ihr, okay, die Karte war schon mal auf oder nicht. Obwohl das auch wieder klebt, wenn ihr es zu macht, dementsprechend, na, würde ich mal sagen, kann man es nicht hundertprozentig sagen, ob die Karte schon mal irgendwo im Einsatz war. Ansonsten, die Karte sieht optisch auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend aus. Damit ich es euch aber besser zeigen kann, kommt die Kamera jetzt mal ein bisschen näher an die Karte dran. Also ich finde, die Karte sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, auch mit den durchsichtigen Lüftern. Die Karte hat nur zwei Slots oder nutzt nur zwei Slots, also hat ein Dual-Slot-Design. Was wir auch sehen, ist, dass das PCB deutlich kürzer ist wie die Karte. Ihr seht, bis hier geht das Ganze, das heißt, wenn ihr einen Wasserkühler drauf schnallen würdet, habt ihr eine sehr, sehr kleine und kompakte Karte. Ein Vorteil, dass die Karte so kurz ist, also das PCB und der Kühler so lang ist, das sorgt natürlich nochmal für deutlich mehr Kühlfläche und wir sehen auch, dass die Karte hier hinten offen ist. Also das Flow-Through-Design ist hier wieder am Start und ich mache auch mal hier hinten die Folie ab, damit wir auch einen uneingeschränkten Blick auf die Backplate bekommen. Was ich auch gut finde, wo ich es gerade sehe, dass wir die Seriennummer hier oben versteckt haben. Ihr wisst ja, mich stört es immer, wenn das hier irgendwo mittendrin ist und dann auch sehr aufdringlich ist. Ist hier nicht der Fall. Wir sehen auch, dass wir hier einen kleinen Siegel haben an einer der Schrauben, das heißt, der Hersteller mag es nicht so, wenn man den Kühler abbaut. Aber ich denke mal, der Kühler wird auf jeden Fall für diese, in Anführungszeichen, kleine GPU, beziehungsweise stromsparende GPU ausreichen. Der Camo-Effekt hinten, der gefällt mir auch sehr gut. Das heißt aber, wenn ihr die Karte jetzt so verbauen solltet, irgendwo in einem System, also vertikal, dann seht ihr die Backplate nicht. Wenn ihr sie horizontal verbaut, wie das bei den meisten Gehäusen halt der Fall ist, dann seht ihr es. Das ist schon mal sehr cool. Übrigens, wir haben auch nur einen 8-Pin-Stromanschluss. Das sollte auch auf jeden Fall ausreichen. Und hier an der Seite sehen wir auch noch mal das Steel Legend-Logo. Und hier bin ich auch mal gespannt, ob irgendwas beleuchtet ist. Das Radeon-Logo wird nicht beleuchtet sein. Ich vermute mal nicht. Und dementsprechend werden wahrscheinlich nur die Lüfter beleuchtet sein. Wenn wir uns mal die Karte von hinten anschauen, dann sehen wir zwei Heatpipes. Und ich glaube, das sind auch nur zwei. Genau. Die gehen quasi einmal querbeet hier rum. Und sie sind dann mit den Alufin verbunden. Bei den Anschlüssen können wir uns auch einmal anschauen, was denn so geboten wird. Und ihr seht schon, dreimal Displayport, einmal HDMI. Und das war es auch schon. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich werde die Karte verbauen und mal schauen, wie die sich so schlägt. Im Vergleich zu einigen anderen Karten, die ich getestet habe. Und was wahrscheinlich auch sehr spannend sein wird, ist, ob die Karte Spulenfliepen hat. Und apropos Spulen, schauen wir gerade nochmal. Ihr seht auch, die Spannungsversorgung wird gekühlt. Und was auch sehr cool ist, hier die Backplate ist auch verbunden mit der GPU und mit dem Grafikeranspeicher. Auch sehr, sehr vorbildlich. Als erstes werfen wir einen Blick in HW-Info nach über 10 Minuten War Thunder mit UHD und 4-fach-SSAA. Also im Prinzip 8K. Und das ist wirklich schon zu viel für die Karte. Das sollte natürlich klar sein. Aber ich möchte die Karte ans Maximum bringen und auch so testen, wie ich das bei anderen Karten mache. Ihr seht, wir haben 63 Grad GPU-Temperatur maximal. Und das ist wirklich gut, muss man sagen. Sie hat ja nur einen Dual-Stort-Kühler. Man muss auch dazu sagen, die Karte verbraucht auch nicht so viel. Das sehen wir unten auch bei der Total Board Power. Da sind wir bei 176 Watt. Und das ist, wie ihr wisst, natürlich nicht viel. Die Speichertemperatur liegt maximal bei 78 Grad und der Hotspot liegt bei 77 Grad. Und das finde ich auch in Ordnung. Und die Lüftergeschwindigkeit liegt bei maximal 1500 Umdrehungen. Und ihr werdet die Karte gleich nochmal hören, wenn wir aufs Spurenfiepen eingehen. Und sie ist nicht wirklich laut. Dementsprechend ist da meiner Meinung nach alles in Ordnung. Den einen oder anderen wird es wahrscheinlich noch interessieren. Der GPU-Takt liegt bei fast 2600 MHz. Er schwankt natürlich und das ist auch der höchste Wert, der gemessen wird. Aber er kann auch deutlich höher gehen. Das ist jetzt hier der Extremfall in War of Thunder. Und dementsprechend kommt es hier auf eure Spielsituation an. Mit dem Tool von Asrock, was im Prinzip der Konkurrenz zum MSI Afterburner ist, könnt ihr hier auch nochmal die Grafikkarte übertacken mit dem MSI Afterburner. Ging es mit der aktuellsten Version nicht. Also in meinem Fall mit der aktuellsten Version. Stand 07.06.2023. Und wenn wir uns das Tool anschauen, dann seht ihr, wir können das Power Target um 12% anheben. Man sieht auch in HW-Info, dann liegen wir nicht mehr bei 176 Watt Bordpower, sondern bei 196 Watt maximal. Die GPU-Takt habe ich dann auf 3 GHz gestellt. Also das ist das Maximale, was möglich ist. Mehr geht auch gar nicht. Der Speichertakt hat sich ja auch nochmal was anheben lassen. Ist hier allerdings in dem Screenshot nicht drin. Es war aber auch nicht viel. Aber ich blende euch mal den genauen Wert nochmal nachträglich ein. Ansonsten, wir sehen es ja, bei der GPU-Temperatur liegen wir dann natürlich etwas höher, da die GPU-Abwärme durch das höhere Power Target ja auch gewachsen ist. Und da sind wir bei 65 Grad Celsius und der Hotspot liegt bei 82 Grad und die Speichertemperatur liegt bei 80 Grad. Was natürlich auch wichtig ist, was passiert mit den Lüftern? Die drehen nicht wirklich höher mit 1533 Umdrehungen. Also ist da auch alles in Ordnung. Was man allerdings sehen kann, der Takt der GPU wächst hier auf 2655 MHz. Man muss aber dazu sagen, wenn man jetzt hier nochmal Undervolting betreiben würde, kommt übrigens dann mit einer anderen Grafikkarte, also auch eine RX 7600, in einem der nächsten Videos. Und damit könnte man dann nochmal ein bisschen mehr GPU-Takt rausholen. Habe ich mir jetzt hier gespart, da ich noch eine andere Karte habe und euch anhand der Karte das dann nochmal zeigen wollte. Das ist auch individuell, solltet ihr beachten, das was ich hier mit meiner Karte schaffe, müsst ihr nicht erreichen. Es kann aber auch sein, dass ihr mehr erreicht. So sieht die verbaute Karte jetzt aus. Ihr bekommt auch nochmal einen Blick auf die RGB-Beleuchtung. Ja, ich weiß, das Kabel stört so ein bisschen, aber es ist leider hier nicht anders möglich. Und sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus mit der RGB-Beleuchtung. Kann man natürlich auch nochmal einstellen, wenn man das möchte. Ansonsten, das mit dem Schriftzug gefällt mir auch sehr gut und auch, dass die Backpad weiß ist. Macht ja auch was her, auch in einem System, wo wir ja nicht komplett auf weiße Komponenten setzen. Und ich fände es auf jeden Fall schick. Klar, den Stromanschluss hätte man woanders hinsetzen können irgendwie. Aber, naja, das wäre dann wahrscheinlich auch teurer geworden und dementsprechend finde ich das in Ordnung. Man kann auch Lösungen dafür finden, das Kabel hier schöner zu verlegen. Und ich bin gespannt auf eure Meinung und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema Spurenfiepen. Wir sind jetzt in Call of Duty Modern Warfare 2 bei 120 FPS und ihr könnt mal hören, wie sich das Spurenfiepen so anhört. Wie ihr hören könnt, das Spurenfiepen ist zwar zu hören, aber auch nicht so deutlich. Das heißt, wenn das Käuze geschlossen ist, wird es wahrscheinlich die wenigsten stören. Ich dachte, wir legen noch einen drauf. Jetzt sind wir bei 170 FPS und ihr könnt noch mal hören, wie sich die Spuren anhören und hört auch mal auf die Lüfter. Die Lüfter haben so ein ganz, ganz leichtes Klackern. Also ganz, ganz leicht, ganz dezent und man hört es wirklich nur, wenn man sein Ohr dran hält. Also ganz, ganz leicht, ganz leicht, ganz leicht. Kommen wir zu den ersten Benchmark-Ergebnissen. Und zwar habe ich mal wieder den 3D-Mark ausgepackt. Und da muss ich vorweg sagen, die Ergebnisse schwanken dort teilweise in den Benchmarks mit Weightracing schon erheblich. Warum das so ist, kann ich euch hier nicht sagen. Vielleicht kann der eine oder andere von euch mal berichten, der eine RX 7600 hat, ob das da auch der Fall ist. Ich werde es mit der Asus auch nochmal testen. Das Maximum, was ich erreicht habe, muss ich dazu sagen, ist mit OC natürlich nochmal höher. Hier mit der RX 7600 und im Vergleich zu der ARC ist es so, dass die 7600 langsamer ist. Vor allem hier im Port Royal, wie ihr sicherlich sehen könnt, zieht die ARC A770 schon an der 7600 vorbei. Wie das in Spielen ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Als erstes werfen wir einen Blick auf die Spiele-Benchmarks in Full HD. Ich blende euch im Nachhinein nochmal kurz die Benchmarks in UHD ein, aber da werde ich da nicht mehr viel zu sagen. Die sind eher unrelevant, da die Karte sich für UHD nicht wirklich eignet. In Call of Duty Modern Warfare 2 seht ihr, dass die Karte sich auf jeden Fall eignet, das Spiel zu spielen. Und man sieht auch, dass sie an der ARC vorbeizieht. Wie ihr wisst, ist Modern Warfare 2 ein AMD-Vorzeigespiel. Und man sieht, dass sie auch sehr nah an eine 3070 rankommt. Und das ist schon wirklich gut. Gut, wir haben hier das kleinste Modell von AMD und es kommt an die Mainstream-Karte von der Vorgänger-Ration von Nvidia heran. Und die ist ja aktuell auch noch etwas teurer, auch wenn man sie schon gebraucht bekommen kann. Natürlich im Vergleich zu den 40er-Karten ist da ein großer Abstand, da müssen wir nicht drüber reden. Aber dennoch, in Relation zum Preis, ist das ein wirklich gutes Ergebnis. Interessanterweise seht ihr auch, dass sie mit OC hier etwas weniger reichen. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe es mehrmals getestet und teilweise lagen die Ergebnisse auch mal was da drunter. Und ich denke mal, da ist auch einfach nur Nachbesserung vom Treiber notwendig. Oder ich denke mal, da kann ein neuer Treiber schon in Zukunft helfen. Neu in meiner Testreihe ist auch Company of Heroes 3. Habe ich hier übrigens nicht eingeblendet. Das ist der dritte Teil, nicht der erste und nicht der zweite, sondern der dritte. Und hier sehen wir, dass die AG 7600 sich absolut nicht gut schlägt. Ich kann euch auch nicht sagen, warum das so schwankt. Ich habe es auch mehrmals getestet. Es scheint einfach so, dass der Treiber noch nicht wirklich reif ist. Warum auch immer, ich weiß es nicht, kann ich euch nicht beantworten. Wir werden es dann bei der ASUS 7600 sehen, die ich dann bald teste. Ich habe auch mehrmals versucht, ein höheres Ergebnis zu erreichen. Aber irgendwie möchte es nicht und es schwankt sehr stark. Bei der AG und bei den anderen NVIDIA-Karten ist das Ganze wirklich sehr stabil. Wir erreichen immer ungefähr das Gleiche und dementsprechend haben wir nicht diese Probleme wie mit der AG 7600. Ein anderes Bild sehen wir in Shadow of the Tomb Raider. Da ist es so, dass hier die AG 7600 immer stabile Ergebnisse abliefert. Also auch bei mehreren Tests erreichen wir hier die ungefähr selben FPS. Natürlich schwankt es mal um ein, zwei FPS. Und hier sehen wir auch, dass die AG ein bisschen stärker ist. Mit OC kann man mit der AG 7600 nochmal was dazu gewinnen. Aber tendenziell ist es hier auf jeden Fall die schlechteste Karte. Was natürlich anhand des Preises auch irgendwo klar ist. Auch in War Thunder erreichen wir stabile Ergebnisse. Und da muss man sagen, bei den Min-FPS ist die AG 7600 stärker wie die ARC. Und bei den durchschnittlichen etwas schwächer. Aber ich würde hier dann wirklich die AG 7600 bevorzugen. Auch wegen dem Stromverbrauch, dazu kommen wir aber dann gleich. Aber auch, weil wir hier die besseren Min-FPS haben. Beim Thema Stromverbrauch, da kann die AG 7600 natürlich glänzen. In Anbetracht des Preises und dafür, dass es eine AMD-Karte ist, muss man dazu sagen. Weil wenn ihr vergleicht, die 4070 ist nicht so weit weg und sie hat deutlich mehr Power. Also die Effizienz ist besser. Und auch der Eidel-Stromverbrauch ist bei der AG 7600 nicht so gut. Ich habe hier einen UAD-Monitor von LG bzw. Fernseher. Und der Stromverbrauch mit den AMD-Karten liegt immer hoch. Das wurde noch nicht rausgepatcht. Also in meinem Fall, bei Roy zum Beispiel mit seiner 7100 XTX, da ist es mit den neuen Treibern schon deutlich besser geworden. Hier in meinem Fall halt nicht. Ja und man sieht auch, dass die ARC hier zum Beispiel im Eidel mehr verbraucht und unter Last deutlich mehr. Das heißt, zum Thema Effizienz ist die 7600 schon besser wie die ARC. Und ich denke mal, auch mit den neuen Treibern werden die Problemchen sich beheben. Aber dazu kommen wir dann gleich im Fazit. Schlussendlich kann man sagen, Asrock hat es irgendwo drauf. Wir haben hier nicht wirklich krasses Spulenfeaten bei der Karte. Die Lüfter sind auch angenehm. Ja, wenn man mit dem Ohr rangeht, dann hört man so ein bisschen klackern. Aber es gibt deutlich schlimmere Karten, wo man das hören kann, obwohl man weit vom Rechner weg sitzt. Hier ist das nicht der Fall. Wie das auf Dauer ist, kann ich euch natürlich hier nicht sagen. Aber da wird der ein oder andere vielleicht schon Erfahrung gemacht haben, wenn ihr das Video ja sieht, in Zukunft. Und kann dann einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Die Optik ist auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend. Sticht auch heraus. Auch die RGB-Beleuchtung spricht hier für sich. Wem es nicht gefällt, der kann es natürlich auch mit dem entsprechenden Tool von Asrock deaktivieren. Leider ist hier kein Button drauf, mit dem wir das abschalten können. Das wäre nochmal schön gewesen bei der Karte. Aber vielleicht gibt es das dann irgendwann mal in Zukunft. Wenn der Asrock das Video vielleicht sieht, würde mich natürlich freuen. Zum Thema OC. Ja, damit können wir nochmal ein bisschen was rausholen. Wenn ihr die Karte noch underwollten möchtet, dann ist nochmal ein bisschen mehr drin. Und die Temperaturen waren hier wirklich in Ordnung. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und ich würde auch mal sagen, dass die Karte hier ganz oben mitspielt, ohne dass ich schon mal eine andere RX 7600 getestet habe. Kommt übrigens dann bald, wie schon gesagt, eine. Übrigens werde ich dann die ASRock Strix RX 7600 testen. Und dann können wir das Ganze auch mal vergleichen, wie es da aussieht. Denn die hat ja nur zwei Lüfter. Und ich bin jetzt sehr auf eure Meinung gespannt zur Karte. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert bitte. Das hilft uns hier auf jeden Fall weiter. Die Karte war übrigens wieder selbst gekauft. Und dementsprechend geht das Ganze mal so ein bisschen ins Budget. Aber ihr wisst ja, ASRock ist da nicht so spendabel, was Samples angeht. Und ich möchte ja trotzdem wissen, sind die Karten gut. Und ihr möchtet das wahrscheinlich auch wissen. Sonst hättet ihr sicherlich nicht das Video angeschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tobi. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.